Zeit für ein neues Informationsvideo, also los geht's. Das Video heute möchte ich kurz halten. Nun, derzeit plane ich mit ein paar kleineren Kanälen ein kleines Projekt, welches wir auf meinem Kanal hochladen werden. Das Thema werde ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht preisgeben. Und von wem die kleineren Kanäle sind, wird eine Überraschung. Als Gedankenanstoß kann ich euch einmal sagen, dass es in meinem fernsten Sinne etwas mit einem Ausdruck aus einem älteren Video zu tun hat. Außerdem arbeite ich derzeit auch noch an anderen Projekten für die Zukunft dieses Kanals, wie zum Beispiel ein Abo-Special, welches bald kommen wird. Wenn ihr über diesen Kanal immer auf dem neuesten Stand sein wollt, könnt ihr gerne mal meinen Instagram-Account abchecken. Den Namen blende ich euch jetzt unten ein. Habt ihr Video-Wünsche über Themen, welche ich mal behandeln sollte? Schreibt mir dies gerne in die Kommentare. Und wenn du noch kein Abonnent dieses Kanals bist, würde es mich freuen, wenn du mich mit einem Klick auf den Abo-Button unterstützen würdest. Somit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dr. Thomas Schäuze